Huch! Hallo! Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Don't Start Together! Ja gut! Ja gut! Außer ich bin den falschen Knopf gedrückt! Ich habe statt meiner Aufnahmetaste die 3 gedrückt! Ach schön, du hast was gegessen! Ähm, mit dabei, wie ihr schon gehört habt, Lirina! Hallo! Und der extreme zockt! Hallo! Hallo! Ich habe Chester! Ah! Ich habe Chester gepackt! Ah! Ich merke, es wird eine chaotische Runde diesmal! Nein, ich habe Chester noch vorne! Also nichts Neues! Ich habe Chester! Vielleicht gezent! Ah! Das Auge öffnet sich und das will Chester! Also Lirina will wieder, dass man bei ihr vorbeischaut! Ich habe Chester! Nein, 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 nein! Okay! Ruhig, ruhig, sonst will ich den Onkel Doktor! Ja! Ich bin übrigens bei den Akrobien hier hinten, ne? Also... Ich erkunde gerade für uns die Map etwas! Ja! Ich bin erfolgreich, glaube ich! Bisher! Okay, ihr dürft wieder reden! Ja, ich bin auch auf der Map unterwegs! Das ist nur Information, Mensch! Äh, ich versuche gerade die Akrobien zu umgehen! Und hinter das Feld zu kommen! Denn ich gehe mir einfach mal jetzt den Spuren nach! Die auf dem Boden sind! Die wären Spuren! Die gucken, wo ich hinkomme! Ich komme nämlich mal ein bisschen im Lager rum! Und Gubbel Gubbel jetzt! Olli, kann ich vielleicht wieder abschießen! Gubbel Gubbel jetzt! Ein Gubbel Gubbel! Ein Gubbel Gubbel! So, mal gucken wir nochmal wie ein Bogen funktioniert! Tun deine Gubbel Gubbel! Ein Gubbel Gubbel! Ein Gubbel Gubbel! Ein Stöckchen und zwei Dings! Ich brauche ein Stöckchen! Sticky! 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 Das ist die Mini-Widi-Würstchen-Kette! Was? Oh Gott! Bitte! Was? Geh dich vergraben! Was? Sag mir nicht, dass du das nicht kennst! Ja, aber ich bin Vegetarier! Oh Gott! Ich wollte als Kind immer diese haben, aber ich habe es nie bekommen! Weil sie so überteuert ist! Ja, das stimmt! Wir sind ganz schön teuer! Das ist wahr! Deswegen gibt's sie auch nicht mehr! Das stimmt! Das ist gar nicht! Gibt's die nicht mehr? Nein! Oh, das ist ähm... Oh, das ist schade! So schade, Mensch! Das ist äh... Wahrscheinlich war die... Weil das nur mit Kindern beworben wurde! Wahrscheinlich war sie zu gefährlich für Kinder! Und deswegen wurde sie vom Markt geholt! Weil meistens die Sachen sind so! Oder weil sie einfach nur so schade, so überteuert ist! Und kein Mensch die kaufen wollte! Ja, die waren wirklich teuer! Verdammt! Jetzt, wo du es sagst, ergibt Sinn! Ja, hä? Ich spreche immer in Rätsel! So, jetzt kann ich mir endlich mal hier so ein Helmcraften! Die ganze Zeit habe ich hier Schweinehaut besucht! Oh, ich hab Chester! Das ist immer noch so cool! Chesterlein! Und Chester! Ihr habt ihn ja noch gar nicht gesehen! Oh, ich schläft gerade! Oh, sehr süß! Oh, ich schläft, als es dunkel ist! Oh, sehr süß! Es ist der Ted creepy! Oh, sehr süß! Lirina! Okay, das Let's Play wird mir langsam zu feminin! Jaaa! Ich mag ihn doch! Lirina, du bist voll sexistisch mir gegenüber, Lirina! Das ist nicht okay! Ich darf jetzt später nicht hin! Das ist meine Ausrede für alles! Stimmt, den Spruch hat es ja noch gar nicht gebracht heute! Nee, das war überhaupt völlig da heute! Das war... ist ganz neu! Ich weiß! Erfrischend mal was Neues! Mhm! Braucht es da immer Schweineleder! Ein Nugget! Ganz viele Steine! Und noch ein Nugget! Auch ich habe besagt! Jawohl damals keine Ex atmet Then! Und browner kristall... Blauer kristall-Oder-oit Excellent! Rauche... ich habe... Gehört wem die Schweinehaut hier in der Truhe? No, die kannst du für die nicht nähen! Gut! Danke schon! Oh, nicht noch? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Das denn auch das sind die Agro Bienen! Ah, ich hab's ja gefunden! Hihi!!! Oh, jetzt sind ja da mehr해요 tengo Luna in die Ede angerufen! Wegen Fischfarmen, ich weiß nicht wie man Bienen... Alter, hier sind ganz viele! Ich weiß nicht wie man Bienen kriegt, wir brauchen keine Stachel, sondern irgendwie Bienen, weil dann könnte man so eine Fischfarm machen, habe ich gesehen. Das wäre vielleicht interessant. Du musst die Bienen nur töten. Bleiben die dann so als Bienen? Ja, du kannst sie auch heben dann. Achso, okay, weil wir brauchen Bienen. Ich weiß aber nicht, ob wir lebendige Bienen brauchen oder Quote. Also ich töte hier gerade die Bienen aber die sind dann einfach weg und ich hab da eine Stachel. Manchmal bleiben die aber auch Bienen. Alter, hier sind ja richtig viele Bienen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Don't Starve nicht zusammen bin, sondern Einzeldingstaffee kann man nicht haben. Wir sind bestimmt 50! Ja, aber Einzel, Don't Starve und das Together sind teilweise sehr unterschiedlich, haben wir auch schon gemerkt. Die ganze Karte brennt mir hinterher! Lerida! Lerida! Was? Ja sag ich doch! Du musst außen rum gehen, Mann! Komm mal her! Du kannst dich einfach durchgehen! Doch, komm mal her jetzt, Lerida, komm mal her! Nein! Lerida, komm mal her! Ich belebe euch nicht wieder, wenn ihr sterbt! Lerida, komm mal her! Lass mich in Ruhe! Die ganze Map ist hinter mir her! Komm mal her, Lerida! Bei mir auch! Lerida! Du bist doch extrem! Komm mal her jetzt! Nein, ich will nicht! Nein, ich will aber nicht! Ich muss bestäubt werden! Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ah! Nein! Lerida, jetzt komm! Jetzt hab dich mal nicht so! Geh kuscheln allein mit deinen Bienen da! Lerida! 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 Komm jetzt her! Nein! Das klingt echt pädophil irgendwie! Lerida! Komm her jetzt! Ihhh! Komm her! Ahhhh! Ich lock die zu dir! Komm her, mein Mäuschen! Geh weg! Du bist blöd! Au! Mein armer Tester, der hat schon voll Angst! Guck! Voll Angst! Ja, vor dir! Du Alien! Guck, da liegt einer! Ach ne! Ne, die bleiben echt nicht liegen! Krass! Wusste ich gar nicht! Also, ich weiß... Also, dann weiß ich nicht, wie man sie kriegt! Ach! Doch! Du musst die... Du musst die... Du musst die... Ähm... Es gibt einen Kescher! Jetzt weiß ich das wieder! Ich hab die auch in dem Einzelnen nicht so bekommen vom Töten, sondern es gibt einen Kescher, womit du die fangen kannst! So, die sind auf jeden Fall alle tot hier! Ja! Aber nur einer von 12.000 von den Stöcken da! Ja komm, jetzt sind die anderen dran! Haha! Ich geb nicht mit dir mit! Komm! Soviel zum Thema Teamwork! Und lässt mich das hier alles alleine machen! Ja! Du darfst es jetzt alleine! Ich... Ich geh weiter Map erkunden! Geh weg! Wie war's? Oh! Ich hab ein Walrosslager gefunden! Das heißt, hier läuft irgendwo ein Walross drin! Hier ist ein Baumgeist, der 2100 Leben hat! Oh verdammt! Herzlichen Glückwunsch! Das ist nämlich nicht so ein Nadelbaum, das ist eins dieser... Blast doch heute irgendwas gegen uns! Hä? Speziell gleich nicht hab ich das... Hä? Was? Was? Dieser Baum ist grad gelaufen und er hat sich wieder hingesetzt! Oh mein Gott, das sind zwei Augen! Okay! Sie haben ein... Sie haben... Sie haben ein Baby! Hast du dich anstellst? Ich komm mal her! Nein! Doch! Nein! Lereda, komm jetzt! Hä? Das hört sich überhaupt nicht pedophil an! Ähm... Ne... Nicht da oben weiter gehen! Da sind... Da sind... Oh Gott! Und jetzt? Ja... Du kannst doch nicht einfach... Du kannst doch nicht... Das ist doch... Oh mein Gott! Ich... Ich will das Ei haben! Ich will das Ei haben! Ah! Ich hab das Ei! Ich hab das Ei! So... Und jetzt? Was war jetzt das Problem? Das war böse und grob! Guck mal Tessa! Guck mal wie süß der ist! Geil! Ja! Rina! Bitte! Too much! Die haben's verstanden! Also ich finde, ich kann gar nicht hochquieken! Das geht nicht! Ja! Und jetzt komm! Mach das Auge kaputt! Los! Nein! Ich kann das! Ich hab da nur eine Spitzhacke mit! Ich geb dir eine Spitzhacke... Äh... Äh... Ne... Ne... Wälde! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich bin ein Mädchen nicht anders! Der Baumgeist ist in unserem Lager! Herzlichen Glückwunsch! Okay! Doch! Diese Folge ist echt durch, ey! Extreme! Hilf mir! Ja! Erste Lirina und jetzt dir! Was ist denn hier los? Ja! Was war denn damit in der letzten Folge los? Ah! Unglaublich, ey! Und da ist noch ein Ei! Oh mein Gott, ich will es haben! Ja, ich hol's! Töte es! Los, XG! Töte es! Nein, ich nehm das Ei! Töte es! Töte! Oh mein Gott! Ich hab auch nicht mehr so viel Leben! Ich hab jetzt gegen 10 Millionen Spinnen gekämpft! Dann gegen 10 Millionen Bienen! Und dann hier... Guckst du so blöde, blöde Spinnen! Ich hab die Aua ab! Ich mag keine Spinnen! Ich... Ich... Ich bleib mal in deiner Aura, sonst sterb ich gleich, weil's dunkel wird! Keiner mag dich, Spinnen! Ich will mithelfen! Yay! Ja, wow! Du hast toll geholfen! Wow! Ich kann die nicht mehr lange anwarten! Das ist so kacke! Ähm, jetzt kommt... Nein, lauf! Ah! 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 Lirida, nix kannst du! Nicht mehr dein Mädchen, ich darf nicht! Ah! 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 Irgendwann musst du den Pfad des Kriegers betreten! Nein! Doch! Jetzt komm mit! Ich will das gleiche haben! Und jetzt ist gleich wobei ich so gemein! Gegensatz zu dir! Tabdadabdadada! Ja. Ich und meine Spitzacke. Hier, hast du ne Blume. Brauchst du Karotten? Die geb ich dir mal alle. Oh, ich hab dich gefüttert. Karotten! Also heute sind wir irgendwie merkwürdig. Ja. Das ist ganz schlimm. So harmonisch hab ich uns noch nie erlebt. Mhm. Mhm. Harmonisch. Mhm. Ja. Ah! Oh Gott. Was ist los? Bist du jetzt auf einmal auf mich angewiesen, oder? Ja! Achso. Und wie ist es, wenn ich jetzt den hier mache? Nein, 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 nein. Ah! Ich hab ne Fackel. Ich hab ne Fackel. Ah! Nein! Oh, du bist nicht. Hihihi! Hihihi! Äh... Wie viel Fieks du auch noch machst? Lass mal, lass mal, wenn du die Karotten erkunden. Du, du, Lerena, du merkst welchen Status wir bei Extreme haben, ja? Den von einem kleinen Mädchen? Ja, das merke ich. Ich beschütze sie doch. Sonst wäre sie schon längst tot. Ja, das finde ich echt. Was ist das denn? Du kannst das aufnehmen und dann kannst du damit rumlaufen. Yay. Schön. Oh, meine Dingens sind fast kaputt. Das ist praktisch. Dann kann ich mir eben eine neue Tangsten-Axt machen. Dann mache ich dir auch eine, also eine Spitzhacke. Äh, ne, 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 ein Speer meine ich. Kannst du dich nämlich verteidigen und nicht eine Ausrede nutzen, verwegen. Kann ich machen. Ey. Oh, was haben wir hier gefunden? Eine Straße? Äh, wo ist sie? Da. Tangsten. Ah, ich muss aber noch eine machen. Ich brauche auch eine. Bärtchen. Ähm, was war, wie wäre das nochmal? Hier, das. Dann brauche ich noch Obsidian. Ach, Mann. Ähm. Ich bin zu euch. Ich, ähm, das... Ich fühle mich so einsam. Äh, ja. Wir brauchen... Wir brauchen unbedingt diese, diese, diese Feuerdingersteine... Heizsteindinger. Dein Inventar ist voll. Das... Ja, Moment, halt, stopp. Moment, halt, stopp. Halt, stopp, jetzt. Halt, stopp, jetzt. Halt, ich ess kurz was, warte. Ähm, hä? Ich hab dir das aber irgendwie gegeben. Du hast es, glaube ich. Halter, Leute. Ähm, okay. Ich hab... ja. Ich hab aber nichts bekommen. Hä? 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 Warte, hier. Ach, ich hab's, glaube ich, Chester gegeben. Chester! 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 Hat der Chester die? Nein. Weißt du, dann ist die einfach weg, oder was? Dann hier. Hä? Die ist schon wieder einfach weg. Loll! Ähm. Okay. Das ist ja scheiße. Ich kann die nicht hinschmeißen. Kannst du mir die geben, also wenn du direkt auf mich klickst? Ich versuche. Huch! Ähm. Ähm. Was denn? Was denn? Oh Gott, was, 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 was? Was, 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 was? Ich bin schnell gelesen, von den Bienen wegzurennen. Ähm. Wo waren nochmal diese Steine? Noh. Ach, hast du dir jetzt eigentlich, hast du dir jetzt eigentlich so einen Ding gebaut? So einen, so einen Kescher? Nö. Kescher und Tasch. Ähm. Du hast ja den Bogen braucht, oder, ist das eine Angel? Ich hab keine Angel. Ich hab ja keine Angel. Brauchst Du auch so eine, so eine, äh, Tang actionspitze? Ääh, ich hab einen Bogen. Ich kann dir aber auch eine Spitze machen. Ich habe aber noch so eine Tentakel-Spitze und... Okay, dann nicht. So, halt. So, jetzt gebe ich dir die, Lirina. Lirina, ich gebe dir jetzt den Speer. Hast du das jetzt? Ja, er gibt dir jetzt. Hast du den Speer? Was ist denn das? Ah, der cool! Hallo! Hallo! Ach, weißt du, wie man den Köcher macht? Für den Bogen? Hab ich doch schon alles. Ja, aber wie man das macht, weil ich habe nämlich keinen mehr. Den hast du nämlich abgelegt. Da stand nämlich mal hier daneben. Du brauchst zwei Schweinehaut und dreimal Seil. Oh. Hi. Oh, guck mal, Chester! Oh, wie die alle essen zu brücheln! Also ich brauche dringend Monsterfleisch. Ich brauche dringend Monsterfleisch. Du darfst ruhig was reinmachen. Ich würde mir ja was rausnehmen. Es ist auch Essengrünne. Es ist Essengrünn, ja. Ich mache in Chester mal Essen rein. Stecker, oder? So lange, als ich auch isst? Nee, Chester behalte es für uns. Da sind Pferdchen. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe Angst, dass ich sterbe so ein bisschen. Yay! Ey, das hat sogar geklappt. Wow! Ah! Oh! Quino ist wieder da! Oh Gott! Ich brauche auch unbedingt einen Köcher, ey! Oh, das ist so cool, mit dem Bogen zu arbeiten, aber ich habe keinen Köcher! Okay. Ich schaffe das mit meinem Speer. Mein Speer ist cool. Warte, mein Speer ist cool. Der kriegt das jetzt voll hin, der Speer. Yay! Oh, ich habe, ich habe, ich habe, äh, äh, Dinge aufgesammelt. Ich habe nur vier Pfeile. Kacki! Ähm. Jo. Ich habe eine Kingly Figure, äh, ein Figuren-Sketch. Oh, ich habe einen Köcher. Wieso habe ich jetzt auch einmal einen Köcher wieder? LOL. Denn ich darfst du den irgendwo gefunden. LOL. Okay. Dann brauchen wir Bienchen! Bienchen! Jo. Nicht alleine kämpfen! Ich bin doch auch hier! Komm her, du! Äh, mein, äh, mein Dings ist leer. Ja. Ah! Oh Gott, ich habe nur noch 17 Prozent! Oh Gott! Warte, hier, ich gebe dir Honig. Oh. Oh. Okay. Aber, äh, ich kann dir auch, ähm, ah ne, die Heilseite, wir brauchen einen Prototyp. Ah! Ich esse ein paar Blumen. Alles gut! Pester hat 50 Blumen dabei. Ich brauche dringend Monsterfleisch, das brauche ich immer zum Heilen. Wir brauchen gleich ein Feuer, Marsha. Bitteschön. Gut! Ich habe schon mal einen vorbereitet. Wunderbar. Oh, ich komme aber zurück, weil wir auch am Folgenende sind. Sehe ich gerade... Ach! Ist das so? Huh! Ja, so schnell kann es gehen. Endlich! Die Folge war voll gut! Ja, komisch! Aber richtig! Also, ich fand die Folge recht ambisant. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ein Lager könnte aber bloß ein Baumgeist sein, deswegen müssen wir den noch vertreiben. Wir sollten vielleicht nicht mehr dorthin zurück. Wir sollten das vielleicht... Doch, doch, doch! Aber wir brauchen das Extrem dazu. Er weiß ja, wie man mit Baumgeistern umgeht. Ach so, jetzt bin ich da wieder wichtig. Lagerfeuertanz! Genau. Du bist ja derjenige, der dich immer auf unserem Leben erweckt. Und auch wieder vernichtet. Lagerfeuertanz! Ja, ich... Oh, nein! Wir müssen jetzt ganz dringend die Folge werden! Das Laserfeuertanz! Der Lied geht noch viel schneller! Okay, dann bedanken wir uns sehr für´s Zusehen! Ich übernehme den Part einfach von Marsha! La, L pan, na, la! Vielen Dank fürs Zusehen! Und die Kanäle der anderen findet ihr unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!